Herr Minister, Herr Bürgermeister, Herr Kommissär, Member vom Conseil von der Avalaf, Leif Norddeputat, Leif Kollegen aus dem Schaffener Gemengenrott, Leif Conseil in der Schaffener Synopisch Gemengen, Leif Erwittgen, Leif Rund vom FC Wohlsehner Siewenzicht. Das sind höflich als Präsident, ich können nur bei unseren neuen Infrastrukturen begrüßen. Und dafür gebe ich große Merci für den Abend und meinen Wohl, und auch im Sportministerium, mit dem Minister Romer Schneider und dem Conseil Robert Tillens für den Hengschuh Gesunthut freier Spiele auch beim FC Wohlsehner Siewenzicht. Ich große Merci auch alle Korte Metieren, die heute, die Leute verhöhnt sind, die auch vom Terrorbedehlich waren an Fährdspurstunden, so eine schöne Bischung, 1.80 zu Leif Siewenzicht an die Leifung zu rufen. Ich große Danke dafür auch und der Kipp vom Siegler, die Macht aus den Leuten, die sich um den Terror an können, weil die Wüsche ist immer nicht mehr so schön, wie ihr gepflegt wird. Sie machen auch da ein super Abendstumshit, und ich habe gesagt, die Leute oft schüsst, wenn sie nicht gemäht sind. Und für so wichtig, die Leute zu respektieren, die die Suche der Terror und der Reuge haben, denn das kostet wirklich ganz viel Abend. Dann noch einen großen Dank, und als Kippsponsorin, wir würden in einer schlechten Zeit noch die Vereine unterstützen, und man schränkt in den neuen Sint, wieder auf super Möglichkeiten für Visibilität und gesponsoren. Natürlich ist es beim Fussball, sind natürlich als Jugend-Equip und an den Sport, und die würden nur ideale Trainingsbedingungen, für ihren Sport auszulegen. Derzeit spürt natürlich auch für ein neues Leben, wie gut ein Damen-Equip, an den Sinten auszulegen. Obwohl man nur das hier leider nicht gepackt hat, und damit leidig zu bleiben, ich kann nicht auf dieser Platz versprechen, sondern dann werden sie wohl sehr direkt kommen. Die letzten Dank geht aber auch für ein Auge mit Benevolen, dass sich alle da an den Dienstagern im Verein sitzen, und erstaunen, erstaunen, rummen, wie der Verein heute funktioniert. Und die Benevolen wissen alle Wüste, der es nicht möglich ist, dass man heutzutage bestohlen, und dass man heutzutage einen schönen Fussball begrüßt hat. Ich würde nachher nur ein großes Merci auch an der Jugendkommission, an dem Mann und dem Komitee, und auch an den neuen Jugendtrainerinnen, die sich all der Treibungsfeuer engagieren, mit dem Jungs-Sportplatz unterdrehen. Nichtsummen also die Menschen in den Vereinen nicht hier zu bringen, aber den Händen schon besorgt sind, vor dem langen Strang ziehen, aber funktioniert das auch viel besser. Zum Schluss wollte ich noch einen kurzen Überblick über Festivität beginnen, und da ging ich viel weiter. In Norden tun wir noch ein 7-Hour-Regal, am Ende zwischen dem FC 1770, und dann haben sie es immer gesagt, eine Equipe von Spielern aus dem Norden, wo man als Alpharein, den Spieler den Norden in einem Terrain begrüßen. Norden, also ich konveniert, vom FC 1770, die umhundert Leck übermeldet sind, wo man das geklängt, und mehr hat dann auch ein synthetisches Terrain, und nur noch mehr sauer, als wo man das eh sind. Dann haben wir mit Juli nach dem Braseli-Simmercup dort die Gruppen aus dem Norden sich aus dem Zielferien gehen und nehmen muss, besonders in der Herstattung und Damm. Dann am September haben wir die Fernsehspreise für ein Kogel-Starsch, mit der Äquipe von Borussia Dortmund heute zu organisieren, den Jugendspieler, den professionellen Trainer von den Vereinen in der Vereine. Ich will mal zu merken, dass er auch teilweise für mich da jetzt zu feiern, aber ich bin ein Händen doch schon so, und ich bin ein Händen doch schon so, ich bin ein Händen doch schon, ich bin ein Händen doch schon. Vielen Dank.